Hallo Leute, hier sind wir wieder bei Grundrechenart Multiplikation. Multiplikation leicht erklärt. Die Multiplikation ist eine abgekürzte Schreibweise für eine Addition gleicher Summanden. Also 3 plus 3 ist gleich 6. 2 mal 3 ist gleich 6. Es wird gelesen, 2 mal 3 ist gleich 6. Bei der Multiplikation gibt der erste Faktor an, wie oft der zweite Faktor addiert werden soll. Faktor mal Faktor ist gleich Produkt. 5 mal 2 ist gleich 10. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 ist gleich 10. Es wird also 5 mal die 2 addiert, ist gleich 10. Klick auf Abonnieren und auf die Glocke, um jedes neue Video zu sehen und nicht zu verpassen. Bis nächstes Mal.